Ein Hitschgon für eine neue Folge von Borderlands Folge 34. Wir müssen doch nicht die Leid sind, weil die Diepen töten. Hallo! Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Naja. Das heißt, die von Western sind die auch wieder da und deswegen haben sie zu. Obwohl, die sind doch nicht da. Schauen. Er schießt dich! Doch, das sind doch da. Nein, ich liebe es. Ich will nicht fahren, nehmen die Stoffe zu. Ich bin doch noch. Wir haben die Stoffe zu ver nehmen. Das ist sehr schön. Die Stoffe zu füllen. Ist doch mal ein失ahmeiner. Ach, wie zwei die Stoffe zu erinnern wird. Uh, was? Dann wird die Stoffe zu kommen. Auch wenn die Stoffe zu kommen. Das war's für heute. Okay, go, 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 go. Auf mich! Oh, 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 oh. Was ist das? $4.00 Leben. 431 Dollar. 434 Dollar. 535 Dollar. Der Richter. 535 Dollar. 535 Dollar. Was ist das? 18, Alter. Super genug gebrochen. 42. Flechtern. Machen wir hier wieder auf. Die ist gut. Ausgewechselt. Ah, Level 22. Okay, dann wird es bald ausgewechselt. 38. Schöne Munition einsammeln. 18. Combatware. Munition. 4x. Starter. Sniper. Schlechter. Und einen, ja, Rivalaufsniper. 19. 18. 18. ,, ,, ,, ,, Ich kann niemanden sterben! 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 Ich kann nicht sterben! Ich kann nicht sterben! Ich kann nicht sterben! Ich kann nicht sterben! Ich kann 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 nicht sterben! Ich kann 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 sterben!